Hi, willkommen euer Kevin Kniff. Ich bin auf unserer Welt, wo wir letztens angefangen haben, wo wir diese Wand reingemacht haben, wo, wenn ich ehrlich sein werde, dann ist alles dunkel. Und morgen nehme ich dann mit ALS mit Realife HD auf. Wenn ihr den kennt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Aber nicht du, Alzheimer. Spaß muss sein. Was muss der jetzt machen? Und ja. Wenn dir Nebengeräusche hörst, ist es nur mein Aquarium. Pflasterstollen. Gut. 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 schreibt mal in die kommentare was soll es noch spielen minecraft bedwurst heißt es wo es alzheimer gesplayt hat da auch aufgenommen habe auf seine map shit so 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 Jetzt wird er mich nicht mehr, aber ich schreibe es nicht mehr. 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 Ich schreibe es nicht mehr.